es geht um zu einer weiteren Folge von PlanetSide 2 mit der Showbox und dem Sergeant Kula ja steig doch mal ein mein Freund los geht's wir drinnen ja wir sind auf Esamia gerade noch im Ice Attack Planet und fahren jetzt Achtung genau mehr Felsen also ich habe zu sagen ob sich das Ziel aktualisiert hat oder nehmen wir das noch rein ne okay die rote hat sich plötzlich geändert meine Freunde wir machen mal das was uns der Mapersteller so erzählt geiles Geschütz bei der wir hier sind so hier war es ist auf die Maus schießen aber es geht jetzt direkt los ich hab ein um oder Prozent einer runtergesprungen ihr Liegstheit oder ist es hier unsere Exilie oder mehr dieser darauf steht auf die Galaxie ja ich heiße ich weiß es wird werden da müssen gucken dass ich mit sich viel geführt werden da war noch unter da hat sich schon lange gesehen ich muss nachladen das da war ich so zu gehen weil hinten kamen Rakete sonst das sind noch mehr da bleibt nicht weiter aber wieder eingekült noch ein wir kommen als viele ja ja aber er will und vor uns vor uns über uns über uns über uns über uns was lausend du also vor uns direkt vor uns direkt vor uns über die links nach oben hochkommst die wir ziehen uns zurückbeziehen uns zurück auch steigen aus wir steigen aus wir steigen aus wir steigen aus wir brechen die Aktion hier komplett ab du also wie gesagt aber wir haben gesagt Leute wir haben schon mal wir haben doch schon weißt du eigentlich können wir die Folge schon wieder beenden weil wir waren schon wieder produktiv wir haben schon mehr als das erste Zimmer ja oh die ist ja richtig gut gesetzt naja oh ja 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 und dann noch hier Sanitäter ok und Feuer du musst gut lenken können warte kurz warte kurz nix zeigen nix zeig dich nix zeig dich nicht die kommen nicht alle die kommen alle im Berg hoch ne und wo denn ich hab die nicht gesehen ja von der seite von der seite ja ach kagel sind sie schon da sind sie schon da das ist ein Panzer immer so hoch wie möglich oh ist der Panzer weg ne doch der ist weg oh nein oh fuck der hat abgesnipet man ich hab so'n billig Mg nur da hinten ist ein Sniper kannst du was treffen von da aus ja kann ich aber gehe ich nicht hin Aua komm wir versuchen jetzt mal wir versuchen mal jetzt hier taktisch ranzugehen komm mit komm mit komm mit wir haben den Berg wir machen es jetzt mal wir machen jetzt die Profis komm mit wir machen es jetzt wie die Profis wie die Profis die genau vor uns sind alle wo die Gegner müssen auch schon rein stürmen gerade hier bei dem Typ oh hier sind alle ich lauf erstmal rüber aha hi hier sind alle ich hab grad alle gesehen einmal alle ja das ist in der Tat oh ja ich wieder mal ein mate richtig schön ins Gesicht Aua ich weiß nicht ob ich hier gut stehe ich glaub nicht so ich pusch übel vor gerade ich auch wo ich bin hier alles wo bist du denn da oben ich bin vor dir noch du Arsch nein 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 warum ach scheiße er hat sich noch unsichtbar gemacht Mama ich hab ne MP na hä von von wo wo ist mein wo ist mein mate wo ist Cola mein mate das von mir jo alles klar ich zeig ein Pixel von mir um langsam mich vorzutasten alter instant wegzutasten oh Arvid erobert ach ne von uns oder was hä hm hä bist du jetzt tot Hallo ich bin hier direkt beim spawn ach du scheiße ich bin doch so hohe warum warum steht da ein Sandra haben die Covers übernommen hä bin ich grad fehlgefühl A die Neo A mit Quadratfeuer ja du musst mich ja bitte nochmal heilen ich komme hä wie komm ich raus ich komme auf dich zu meinem Freund da so und wenn du dich jetzt nicht dem Dauerfeuer aussetzt ja dann ich kann's losgehen ich probier's die sind da oben ne jo kann dir so krass mit vor ich bin gleich dort oh Gott hab einen Versuch mal ich muss pushen ich muss pushen bist du behinderbar und musst du pushen oh weil ich grad richtig geil bin ja aber wenn du verrägst du hättest du hättest noch voll deine Scheiße Junge du bist zu dumm wie kann man ach halt doch deine Schnauze ich hab voll viel gekillt wie viel macht du jetzt Max Anhalt drei Stück Och du kacke Mensch ist ja viel zu viel ja dann macht du Max Anhalt Spaß hier Alter ich hab gesagt du sollst warten ja wir haben beide haben einen Versuch komm mach du und ich halte es jetzt der kämpft bist du hier bei mir ja ja ich bin hier der ja Gott du kriegst der Hitze des Todes Moment 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 geh zurück geh zurück geh zurück über uns nein ich bin gestorben scheiß ich bin hier gestorben er hat nicht weggesnackert ich spawne schnell und dann machen wir das weiter pass auf ich treff ne andersrum er stört nicht weil er es nicht möchte ich spawne doch okay sehr gut ich stehe haltet sicher lass dir ja 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 chill 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 wir geben A nicht so einfach auf Leute man kann springen okay Aua hinter dir ab wo bist du ok ja ich bin jetzt hier in der Ecke ich glaub ich durfte es nicht mehr erwischt werden aber du müsstest immer zu mir zurückkommen wenn du was gekillt hast boah du scheiße warte vielleicht mal kurz ja wie die wie die Waffe aufs ja chill 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 ja ich mein Ding muss ich mal aufladen ja ich muss immer richtig aufladen ja das oh gott ich will warte warte ich muss aufladen chill bitte bitte zeig dich nicht ich bin voll chill okay ja gut ist gut ist gut ist gut das ist noch ne Max das ist noch ne Max wir pushen jetzt zu keine Ahnung wie viel warte wie kann ich nicht chill 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 als ob der nicht überlebt Junge ich krieg ich gaffer so Punkte ne ja ich auch das stimmt aber nix das okay und weiter ich kann es nicht verstehen wie er nicht er kriegt zwei Kanonen ja ich darf verziehen also Aua Aua die haben mit uns alles zugebombt ich schwör ach du scheiße Digga nein bitte du bist richtig weit weg oh fuck oh fuck ich bin ja wohl ne es geht es geht ich schlage um die Ecke und ich war grad nachladen du musst schon kurz heilen ja mach ich mach ich ich bin bisschen low ich riskiere jetzt hier gar nix was oh wie 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 es scheint es als ob wir grad bisschen was übernehmen können bist du da ah du wirst ja du wirst geheilt ok 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 Doppelheilung Aua was denn ich krieg die Fresse von dahin muss gucken das nicht immer oben jemand ist ok komm wieder zur nächsten Station ja oh Gott oh ok ok Oh Nails oh Alter die werfen wir Annäherungsmin drüber habe ich das Gefühl ok du musst dich jetzt kurz zeigen und alle wegficken go hab einen geschützt zerstört hab einen gekillt ok ist frei du kacke wir sind da drin Aua oh ich kassier nur vom Maid okay okay alles gut ich habe irgendwie schon saß gelesen oder so war sehr gut sind ich voll das kann ich eigentlich ich sehe es gerade irgendwie selbst nicht eh ja oh Gott nee Achtung oh ich bin tot no ich kann ich wiederbeleben das muss ein Mediziner machen ah sehr gut geht das nicht oh nein das geht eigentlich schon bei aber es passiert nicht jetzt da ist lange dauert nein du musst ich bin ich hab auch wie ich dich noch am Leben gehalten habe nade oder nade nade oh ne nade oder so ne ja ich hab's gesehen ganz bei mir nah ne das ist hier innen drin das ist innen drin im Ruhm danke wollen wir andere Seite mal gehen die sind drin im Spawnroom wir sollten andere Seite gehen das hier eröffnet Möglichkeiten hast du noch nie gesehen dass die Killzahlen werden die natürlichen Zahlen verlassen die hier ist der Anfang ihre Aote ja das war kurz noch einnimmst das Leben mit Punkte gehören können auch sehr gut so okay perfekt oh easy Einnahmen oder naja easy war es auch nicht meine Aktion nicht mehr abbrechen das war's taktisch es faktiger ja ja was auch wir haben immer so vor zurück 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 so auch mal rein halten hier rein halten okay ähm stell ich mal wiederbeleben äh heilen langsam aber sicher vor aua ne ich kann nicht mehr vor du musst dann bisschen zurückkommen weil du musst dann zwei Headshots zwei Headshots du musst ja genau ja äh Heilung bitte ja das kann ich brauchst du auch erstmal in der Haltung ist ja der hat halt mich halt immer die ganze Zeit mit es geht übel schnell nice kann man wechseln halt aufskillen schreibt es in die Kommentare Leute follow me follow me follow me ich hab ne neuer Schuss ich hab grad nen gegnerischen Haar links zu starten ja klar da war ich auch wieder weg naja ok aber wenn ich jetzt hier gleich weg bin ne da war ich ne ich werde hier überlebt oh nein nichts von nichts von ohja ok bist du bei mir hier ich bin ja direkt in dir sehr schön das ist doch das ist das ist doch mal Teamarbeit oder das funktioniert das funktioniert halt echt ok und vorwärts da drüben die kommen alle da von oben runter weil links ist die Spawn Station weischt Robox weis schon dass ich hier noch bin ja ach du scheiße geh bitte zurück hab ich grad meine Rakete geschluckt alter welchen Rechte so hoch die ganze mal links oben ist die Spawnings ich werde ich kann ich nicht heilen oder doch links oben siehst du das links da dies die RL Spawning Halle von dir hier direkt hinter uns einmal diese Wand wo wir uns verstecken die Nähten hier aber auch rein es fack wir machen die auch willst du noch ja ja klar klar lebe ich noch hallo oh mein Gott wie ein übergottes das war aber nicht nur ein bisschen zeigen auch wie viele Menschen hier um die Ecke sind dahinter zeigt mich die ganze Zeit fuck gestorben ach ich hab selbst wiederbelebt oder Digga hier sind so viele Menschen das ist nicht mehr lustig komm belebt mich einer wiederbiete bitte bitte wiederbeleben schnell ich hab die Position des Oberhasses wo wir lebt mich keine sau weiter das kann man nicht beschreiben wie frech meine Position ist ich renne zu dir wenn jetzt jemand noch heilen da wäre ich renne zu dir boh mix halt funktioniert voll gut man hallo ja ich sag ja du hallo drei Küsse boah wenn man halt nie so push dann wo bist du du ja das stimmt allerdings ja ich muss nur spawnen ich laufe zu dir guck mal hier das ist tödlich meine Position oh Gott kann ich hier reinfeuern wie ein Beklopter naja klar aber natürlich aber sie sind auch wie voll wenig Leute weil die sich in der Städte den Mohn verstecken und ich kann ihn nicht so schnell kill wir müssen vielleicht mal fort das könnte sein ja aber ich hab's eh schon 3 Sekunden in 3 Sekunden wird das Borneum eröffnet und feuer 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 oh nein das war ne dumme Idee warum bin ich so bescheuert und push direkt danach wenn wir alle rauskommen nebst du noch? ja oh nice ich werd gehalten ich kann die Typen halt wegdrücken ah Junge was passiert hier hier werden alle über den Haufen geschossen Seid echt zu alle Buschen rein Jugo guck mal wieviel wir auf der Karte sind scheiße ahl sind wir noch noch Gegner scheiße hallo save keine Gegner alle weg alle vor ja die sind halt alle gestorben und haben sich ungespawnt alle viel geil nice ja gut dann äh haben wir ah ziemlich geil verteidigt ja ihr habt mal gesehen wie Max mit Techniker Gameplay hier funktioniert oder? jawoll ich würd sagen das haben wir ziemlich gut hingekriegt und äh wenn es auch gefallen hat dann lass doch ne Buschen da ansonsten bis zum nächsten Mal hau doch rein und ciao ciao Cola ist ein Hurensohn oh nein ich bin auch direkt das ist so Karma gut egal dann genau bis zum nächsten Mal ciao so 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 so